Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice, schnelles Ausführen eines Makros. Wenn Sie ein Makro entwickeln, ist es mühsam immer wieder das Makro über Extras, Makros, Makroausführen laufen zu lassen. Das Makro kann aus der IDE integrierten Entwicklungsumgebung ausgeführt werden. Verwenden Sie Extras, Makros, Makros verwalten LibreOffice Basic und öffnen Sie den Dialog LibreOffice Basic Makros. Wählen Sie das Makro, zum Beispiel Test 2, aufgenommen und klicken Sie auf Bearbeiten, um das Makro in der IDE zu öffnen. Vor Erstellung eines Makros ist es wichtig, sich zwei Fragen zu stellen. Erstens kann die Aufgabe als eine einfache Reihe von Befehlen geschrieben werden. Zweitens können die Schritte so angeordnet werden, dass der letzte Befehl den Cursor für den nächsten Befehl an der richtigen Stelle bereitstellt. Eine integrierte Entwicklungsumgebung, IDE, ist eine Zusammenstellung von Programmierwerkzeugen, um die Erstellung von Software zu vereinfachen. LibreOffice enthält sehr leistungsfähige Werkzeuge, mit denen Sie Ihre Makros ausführen, bearbeiten und Fehler darin finden können. Der große Bereich in der Mitte, in dem der Makro-Code angezeigt wird, ist das Editor-Fenster. Viele Funktionen wie Stopp, Haltepunkt, Einzelschritt und das Beobachtungsfenster dienen als einfacher und effektiver Debugger für Makro-Code. Ein Debugger ist einfach ein Werkzeug zum Auffinden, Diagnostizieren und Beheben von Fehlern in Software. Die IDE hat ein Symbol-Basic-Programm ausführen, an dieser Stelle, das auch mit F5 aufgerufen werden kann. Das als erstes Makro in der IDE läuft. Sofern Sie das erste Makro nicht ändern, ist es das leere Makro mit dem Namen Main. Und einfach F5 drücken, also Basic-Programm ausführen und nichts passiert. Ändern Sie Main, sodass es folgendermaßen lautet. Sub-Main, dann nächste Zeile. Lib-Off und nächste Zeile End-Sub. Jetzt können Sie das Makro Lib-Off durch wiederholtes Klicken auf das Symbol-Basic-Programm ausführen, in der Symbolleiste des IDE laufen lassen. Dies ist sehr einfach und schnell, vor allem für temporäre Makros, die ein paar Mal verwendet und dann verworfen werden. Okay, Programm ausführen. Und dann wird das Makro Lab-Off ausgeführt. Das war User-Power-Fundrum Screencast. Tschau und viel Glück.